spwooooooo Ljuda! Komm jetzt, komm jetzt! T Sweetness! O'ch, Gunt... Zieh das an. Los, zieh das an. Ich drücke es drauf. Bist du bereit? Ja, bereit. Okay, ich drücke drauf. Drei, zwei, ein. Was? Steig stark. Du schaffst das. So lange. Okay, ich drücke jetzt drauf. Was? Wusstet ihr eigentlich, dass es hier einen geheimen Boss gibt, der angeblich der stärkste in ganz Kingdom Hearts sein soll? Dazu müsst ihr nach Hollow Bastion fliegen. Oh, da bin ich übrigens. Ich werde demnächst so Konsolen-Let's Plays machen. Ihr habt ja, ich habe, ihr habt nichts gegeben, oder? Das ist okay, das ist perfekt. Das ist old school. So, fliegen wir einmal zur Kapelle. Hüpfen hier in schwarze Löschlein rein. Wir kämpfen hier den stärksten Gegner von ganz Kingdom Hearts, der... Tod ist lame. Keine Chance gegen mein Ultima-Jau. Ha! Ich habe dich ultimativ in den Boden gestammt. Ich habe dich... Ich habe dich... Niederge... Ultimatiert. Ha-ha! Heute, ich klingt am Hearts verdammt.